Hallo ihr Lieben, heute gibt es nur ein kurzes Video von mir. Heute ist Tag 9 von den 30 Tagen und heute geht so ein etwas, naja, unangenehmes Thema oder zumindest nicht um was, was ich jetzt irgendwie liebend gern hier besprechen wollen würde, aber ich mache es trotzdem. Und zwar war ich heute, hatte ich heute zum ersten Mal in meinem Leben eine Darmspiegelung. Yay! Und zwar einfach aus dem Grund, dass immer wenn ich da im Fernsehen diese Werbung sehe, diese Ups, sorry, ich muss erst mal gucken, wie ich die Kamera hier richtig hinkriege. So, mach mir ein bisschen klein. Also immer wenn ich im Fernsehen diese Felix Burda Werbung sehe oder überhaupt irgendwo was lese oder so. Und dann ist ja immer ganz großes Thema halt, dass man da eben zur Darmkrebsvorsorge gehen sollte und dass es eben so ist, wenn man dann irgendwelche Anzeichen hat, dass es dann ja eigentlich schon zu spät ist und so. Und deswegen habe ich da halt immer so ein bisschen mir Gedanken gemacht, dass man es einfach überhaupt nicht mitkriegt, wenn irgendwas wäre. Und eigentlich wollte ich schon vor drei Jahren deswegen mal zu einer Darmspiegelung gehen. Und hatte auch damals den Gesprächstermin schon ausgemacht. Und dann kam aber hier diese Brustkrebsdiagnose und dann war es natürlich erstmal alles hinfällig. So, jetzt ist aber alles soweit rum. Meine ganzen anderen Nachsorgegeschichten sind auch alles soweit gut. Und im Grunde, also ich fühle mich auch gut. Es war jetzt nicht, dass ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, ich glaube ernsthaft, ich hätte irgendwas. Aber ja, irgendwie spielt halt dann doch so ein bisschen das mit rein, dass man sich denkt, naja, du hast ja beim letzten Mal auch nicht gemerkt, dass irgendwas ist. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wollte ich jetzt einfach mal auf Nummer sicher gehen und wollte das kontrollieren lassen. Beziehungsweise überhaupt irgendwie mal untersuchen lassen. Ja, und deswegen bin ich jetzt ein bisschen müde, weil das unter so einer Narkose, unter so einem Tiefschlaf durchgeführt wurde. Und da gab es, glaube ich, dieses Propofol, oder wie das heißt, das Zeug, was im Grunde alles auch nicht schlimm war. Also hier ganz, wie im Krankenhaus auch sonst üblich, war aber in einer ambulanten Praxis. Aber wie es uns eben auch üblich gibt, kriegt man so einen Zugang gelegt und da kommt dann eben das Narkosezeug rein und dann so 3, 2, 1 ist man weg und dann macht man eigentlich auf und ist nur noch im Aufwachraum kurz. Und dann durfte ich schon wieder nach Hause, beziehungsweise der Timo hat mich hingefahren und noch abgeholt, weil man ja eben dann nicht selber fahren darf. Und ich habe jetzt die ganze Zeit mega Hunger und habe mich eben erst mal vom Timo auch bekochen lassen mit ein paar Nudeln, weil für die, die das noch nicht gemacht haben und da auch keine Ahnung von haben, man muss dann ja vorher erst mal so Apfelzeug nehmen, damit eben alles schön gereinigt ist und so. Ja, ich weiß, das ist jetzt kein tolles Thema hier zum drüber sprechen, aber es ist einfach halt wichtig, deswegen mache ich das auch. Und ja, das heißt also, ich durfte jetzt, ich habe eigentlich gestern den ganzen Tag und heute auch nichts gegessen und eben nur dieses komische, ekelhafte Apfelzeug da trinken müssen. Also das war eigentlich das ekligste an der ganzen Geschichte, dass man dann abends, ja eben so abends und heute Morgen jeweils so einen halben Liter von diesem Apfelzeug da trinken muss und es wirklich einfach nicht gut schmeckt. Und ja, fand ich persönlich mit am schlimmsten. Danach dann eigentlich erst das Nichts essen dürfen, wobei das auch schlimm war oder irgendwie, ja, einfach nicht so schön ist. Und die Darmspiegelung selber jetzt fand ich überhaupt nicht schlimm, weil ich davon nämlich überhaupt nichts mitgekriegt habe. So, ja, und jetzt, wie gesagt, habe ich die ganze Zeit Hunger und werde mir jetzt gleich nochmal irgendwie ein Brot machen oder so und ansonsten noch ein bisschen lesen. Das habe ich nämlich jetzt gestern und heute gemacht, da habe ich ziemlich viel gelesen, weil ich eben sonst auch nichts machen wollte. Einfach damit ich das in Ruhe alles hier so machen kann. Und ja, haben wir da auch mal drüber gesprochen, ne? Ja, wie gesagt, also ist jetzt nicht das schönste Thema vielleicht, aber der Grund eben, warum ich es trotzdem hier jetzt einfach euch erzählen wollte, ist der, ja, dass man da glaube ich wirklich einfach mit diesen Vorsorgeuntersuchungen extrem viel machen kann. Also es gibt ja eben nicht nur diese, also es gibt ja nicht nur Darmkrebs selber, sondern ganz oft hat man ja solche Vorstufen, solche, ich glaube Polypen oder so heißt das, die dann eben bei so einer Spiegelung schon weggemacht werden könnten. Und deswegen ist eben diese Spiegelung dann auch so ein gutes, so eine gute Untersuchungsmöglichkeit. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie Panik verbreiten oder so oder irgendwie das nicht, aber grundsätzlich einfach nochmal hier die Gunst der Stunde nutzen, um auf die allgemeine Krebsvorsorge hinzuweisen. Also lasst euch da wirklich regelmäßig untersuchen. Auch bei Frauen tastet regelmäßig die Brust ab einmal im Monat, also setzt euch da echt irgendeinen Termin jeden Monat, ersten oder keine Ahnung, an irgendeinem Termin, wann es euch halt gut passt und tastet euch da eben einmal ab. Und wenn ihr eine Veränderung merkt, dann geht zum Arzt. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn ich habe schon so viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die dann schreiben, ja, sie haben da jetzt irgendwie was gemerkt und jetzt trauen die sich nicht zum Arzt zu gehen. Leute, wenn ihr da nicht zum Arzt geht, wird es nicht besser im Normalfall. Also geht lieber zum Arzt und lasst euch dann im besten Fall von dem sagen, dass die Angst von euch unbegründet ist und dass eben das nichts ist, dass, keine Ahnung, zum Beispiel ein Knubbel in der Brust kann auch einfach eine Zyste sein oder so. Also, ja, macht das einfach und steckt da nicht irgendwie den Kopf in den Sand und denkt, dann wird alles einfach von selber sich regeln. Also wenn ihr in irgendeiner Art und Weise das Gefühl habt, dass irgendwas nicht stimmt, dann je nachdem, was es ist, sucht euch eben einen Arzt auf und redet mit denen und auch keine falsche Scham. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist jetzt vielleicht nicht irgendwie das Schönste an sich, irgendwie sowas machen zu lassen. Aber ich habe früher mal im Behindertenwohnheim gearbeitet, in meiner Ausbildung zur Erzieherin und habe da eben erwachsene Menschen mit geistigen, körperlichen oder mehrfachen Beeinträchtigungen betreut und zum Beispiel auch jeden Tag dann geduscht oder eben die auch bei Toilettengängen begleitet oder sowas. Und im Grunde ist es so, wenn man in so einem Beruf arbeitet, dann ist es alles einfach normal. Also kein Arzt wird da irgendwie denken, ach, jetzt kommt aber hier die Frau. Wie auch immer. Und hat da irgendwie was Komisches oder ne? Also es mag vielleicht unangenehm sein, aber Sterben ist blöder, würde ich mal sagen. Also von daher. Ja, keine falsche Scheu. Geht's an. Macht euch einen Termin aus für whatever ihr untersuchen lassen wollt. Und ja, ansonsten. Bei mir war übrigens alles in Ordnung, alles super. Der Arzt hat mir zum Abschied gesagt, er möchte mich dann erst wieder sehen, wenn ich 50 bin. Sehr gut. Und falls nicht irgendwelche anderen Anzeichen jetzt bis dahin kommen sollten, dann werde ich mich auch daran halten, denn ich bin ja immer froh, wenn ich einen Arzt eigentlich nicht sehen muss. Und ja, das Wort zum Sonntag oder in diesem Fall eben Mittwoch. Vorsorge rettet Leben, heißt es ja immer so schön. Und deswegen, ja, lasst euch da entsprechend beraten und untersuchen, falls ihr irgendwelche Zweifel habt. Gut, das war's. Yay, geschafft hier einfach drüber zu reden. Und jetzt kann ich mir noch überlegen, ob ich es online stelle, aber wahrscheinlich werde ich es einfach machen. Und ja, bis morgen dann. Macht's gut.